So, meine lieben Freunde, wieder zurück hier am Start bei Gears of War 2. Crazy auch wieder dabei und weiter geht's. In der Dunkelheit. Darkness. Was sind das für leuchtende Dinger? Sehe ich aus wie ein verdammter Botaniker? Irgendeine Pflanze? Keine Ahnung. Nee, glaub ich nicht. Mal wegschießen. Was? Ich hab meine Munition verschossen. Geh nicht. Ich sehe nicht. Geh mal davor, das Licht. Oder auch nicht. Buch rum. Okay. Und jetzt? macht uns Licht. Mach mal auf hier. Ich hab mein Kettenwerkzeug nicht mehr. Aber ich hätte es gern wieder. Ihhh! Äh! Das! Zentrale, wisst ihr was über dieses Ding? Sieht aus wie eine große Schlange oder ein Wurm aus Stein. Äh! Das sind Millionenfüßler. Leuchtende Pflanzen? Genau. Nach unseren Berichten sind sie wohl seine Hauptnahrungsquelle. Außerdem gelten diese Würmer als so gut wie unzerstörbar. Offenbar machen die den Schusswaffen gar nichts aus. Sicher? Dope. Das Ding beachte dich nicht einmal. Hm. Was ist da? So. Ah, cool. Also kann man dann... Ah, guck mal, den kann man in Deckung gehen. Ah, cool. Also kann man dieses Viehzeug mitnehmen, sozusagen. Kann man... Und du mal das Gesicht an, Alter. Warte mal, der geht bestimmt hier durch, dann? Müssen wir außen rum. Müssen wir jetzt lenken, sozusagen. Irgendwie. Die. Ah, hier ist Gameboy. Müssen wir jetzt irgendwie lenken. Wir setzen mal außen rum. Meinst du, Dizzy und Ty haben es raus geschafft? Ich weiß nicht, ich hoffe es. Tai ist zäh wie ein Brumag. Wenn es irgendjemand schaffen kann, dann er. Sind doch irgendwo so ein Ding an der Decke näsen. Ist... ist... Keine Ahnung. Hat einfach einen verdammten Panzer aufgeschnitten. Muss ein großes Tier bei den Locust sein. Was? Wie Rahm? Hm. Wirklich. Aber er hat Rahm wie ein Weichei aussehen lassen. Was ist denn hier? Ähm, ich geh hier rein. Du hast das Ding nicht mehr. Ne, ich hab sie wieder eingesammelt. Noch was für die Sammlung. Geh mal hier rein. Geht nicht. Auf jeden Fall ist hier wieder so ein Vieh. Hm? Was? Ne, der ist jetzt durchgekommen. Sie schon? Ja, der war doch dahin. Ich lade wieder zurück oder den ganzen Weg. Nö, der ist extra dann noch. Weiter. Okay. Das war auch nichts für dich. Die isttauerung ne, Digga. Wo lang, Markus? Danach habe ich gesucht... Hier ist noch... Krr... Ah, cool... Ahm... Du gehst mit dem Kleine nach links. Ich gehe nach rechts. Okay. Na klar, ich darf hier den Jugendlichen mitnehmen. Alter... Fick durch! Ich bin gar nicht... Ach, Ladehemmung! Oh, ich komm von... Fick, die Hühnerkarte! Ich hab hier die selben... Ich hab grad die selben beschießen. Also ich hab halt hier ne... ...ne wandelnde Mauer. Guck mal was da kommt! Da kommt die wandelnde Mauer. Das ist gut. Na! Das ist das auch eh, ne? Wann bist du hässlich, du Mauer? ... Alter So So. Cool. Muni. Bisschen Arsch. Start. Glauben Sie, dass wir noch mal nach oben kommen? Ja. Ja, Junge. Das glaube ich. Nein. Ich habe es geahnt. Was? Ich habe es geahnt. Ich habe es gehört. Knick, 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 knick. Ich finde nichts. Doch, Granaden. Hey. Och, nein. ich habe eine wand in der mauer Alter Du spinnst wohl Alter würde ich doch gar nicht ist meine waffe wieder weg weil ich den kaputt hauen wollte scharfschützen vorsicht damit habe ich dir wieder noch und eine waffe ja ja gut doch neben der dämpfe das macht es nur den das sind die scharfschützen ich habe ihn weggenutzt ich muss aber jedem schuss wieder nachladen ich nehme mal die laufende Deckung mit hier wo er den Kopf weggewichst wo man die Lose oder wie das Ding das Ding wird nicht essen da muss man auf den Kopf wichsen liegt der Schädel weg da wenn ich mal ein Headshot will das Vieh eigentlich hin wir trennen uns hier beide Wege abdecken machst du recht zu links ich gehe links ok bitte ruhig hier ja ja ich kann sie auch Kopf weg scheiße das sieht ganz so aus als ob die naja die sind unten oben 1 2 4 ok zählen ist nicht so sinnvoll na gut bist du eigentlich was ist ich bin auf der anderen Seite halt ich bin auf der anderen Seite halt jetzt geht es hier hoch so hoch du kommst ja leider und jetzt bin ich bei einem Fahrzeug alter erdschleicher scharf ich bin hier gelandet hab der denn den Kopf weggewichst da ist einer aufgestritten so geil wenn ich mal Scharf schützen würde ist es ist so geil wenn ich mal Scharf schützen würde Da steht nur auf der Torso da Okay Da ist er vorbei Genau Du bist genau auf der anderen Seite, oder? Oh ja Gruselweise, bist du links? WTF? Alter Alter Ich hab nur ne Macke Genau bei mir kommt das Vieh raus Ach das Vieh weg Oh Du ziehst mich da nimmer rum Hä? Ich war voll ganz anders Das ist der Kontrollpunkt Das ist bei dir genauso Das weiß Wenn du einen Kontrollpunkt hast, dann bin ich auch bei dir Ich weiß Ich weiß Ich weiß Quietschen Ich kriech nicht territory Odith Jill K naprawdę Ja, den Fick ich gleich Nein Ich kriege nicht Nein! Quatsch! Was machst du denn noch? Diese Drecksfächer, Alter! Die geben mir sowas von auf den Sack! Nein! Einen Schuss im Scharfschützengewehren wegwachen. Ich habe hier schon drei oder vier drauf gelassen. Ach, Quatsch, ey! Die Knarre ist doch kacke. Will ich es doch auch gar nicht haben. Welche Knarre meinst du, denke ich? Ja, die von dem Boomer. Ja, ich habe die auch gar nicht genommen. Doch. Aber die, die Schaltgehörden haben, die wollen sie nicht. Die schlimmsten Feinde sind immer deine Nachbarn. Jöi. Dum 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 dum. Da kommen mehr Brandlifts! Zentrale hier Alpha 2. Missionsgebiet erreicht. Alpha 2 hier Delta. Wir sind zu tief unten für Oberflächenkontakt. Roger Delta. Wir starten unsere Mission. Delta. Wir stehen unter schwerem Mörserbeschuss. Roger. Wir schalten Sie von hier aus. Yeah. Schalten Sie die Mörserbrücke auf. Ich mach grad Scharfschütze. Bist du schon unten, oder was? Ja. Wie kann ich da unten nichts machen? Ja, ich mach Scharfschütze. Kurz wieder unten weg. Hier ist Mörser. Ja. Jetzt stirb doch mal, du Sau. Wie sterben die nicht? Weiß ich mich auch gerade. Dann komm ich jetzt mal runter. Die wohnen gegen ihre eigene Waffen los. Die gibt mir gerade die Tüche auf. Sack. Die hat voll nicht geklappt, Alter. Warum ist nicht hier das Ding hier? Weil ich dann... Boah, da denkst du, ich bin irgendwie doof, oder was? Weil die davon nicht sterben. So, ein Fall. Hallo. So. Bisschen noch. Wenn die nicht sterben, dann will sie nicht. Bisschen noch. Schmerz. Alle tot. Wir... Höhle scheint instabil. Wir versuchen uns mit Alpha 1 neu zu formieren. Alpha 2 Ende. Was zum Henkel ist das? Den Hüfenwurm. Scheint, wir haben unsere seismische Aktivität gefunden. Yes. Das ist jetzt der ganz große Wurm. Zentrale, hört ihr mich? Zentrale? Wir sind zu tief. Was ist auch wahr, es ist weg. Also los! Tach, fehlen wohl. Was ich immer noch nicht verstehe, die Locust sind seit Ewigkeiten hier unten, oder? Wer weiß das schon? Dieser Typ in der Grundausbildung meinte, sie seien von Rizea oder einem der Monde. Und dass sie sich von Emulsion ernähren. Hey, Markus, hast du sie mal Emulsion fressen sehen? Meinetwegen können sie scheiße fressen. Jungs? Was? Was höre ich da? Hier unten? Irgendwas zu erschießen. Ich höre ab. Keine Ahnung, war das? Nee, ist schon besser. Hier, wo kein Wasser ist, gefällt mir schon besser. Wir können annehmen, dass das keine natürliche Höhle ist. Du hast dich gefragt, wo die herkommen kam ein? Da! Menschen! Ich singe ein Lied. Was sind das für Typen? Ist mir egal, knall sie einfach ab! Eine Deckung. Erwischt! Den Sack! Oh! Warte mal, warte mal! Ich glaub, wieder eine Deckung ist dann effektiv. Blöde Wichser! Er hat geblutet. Ich glaube, er ist tot. Der will nicht sterben. Der will nicht sterben. Ich sag' ja. Warte mal auf! So! Hat er mal auch gelebt? Der hat immer auch gelebt. Der wollte irgendwie nicht sterben. Gab ihn jetzt vier oder fünfmal. Oh, warte mal! Das ist gefunden! Na, das ist noch nicht mal ne coole Pistole, alter! Oh, was ist denn die? Die lag hier rum, alter! Na, guck mal! Na, guck mal! Na, vielleicht! Hier ist mein Revolver! Woher mit dem lichtigen Licht? Weil, ich muss sagen, der ist sehr effektiv! Dass du meinen Newton findest, dafür nicht aufhebelst, … ich nimm die Waffe… Weeeh! Weil? Wirklich! Du bist so bekannt und kenne' da nicht aufhlen! Der hat also die Waffe mit... Ich hab da einfach nur vier ... Ich hab da reingangeln! Du musst, lass mir nicht aufhebelst, die Waffe! Wie ist denn das jetzt schon wieder? Das ist wie da, wo ich vorhin war. Wollen wir den Käfern enttun? Ja. Ach so, der Matsch. Da ist noch einer, da ist noch einer. Die Matschpunkte. Wir brauchen uns trotzdem, um Überraschungen zu vermeiden. Welchen Pfad möchtest du gehen? Was? Welchen Pfad möchtest du gehen? Wo geht's denn dann? Ich sehe ja nichts. Linker Pfad oder rechter Pfad? Ich gehe leider hoch oder durchs Tor. Ich gehe leider hoch.